...gespreizten Beinen, um die Rotation zu unterstützen. Tatjana Ignatova aus Russland. Und wenn vorher Silvia Mitova 9,9 erhalten hat für ihren zweiten Jurchenko, dann liegt das ganz bestimmt auch in dieser Preisklasse. Tatjana Ignatova sicher in den Stand. Sie also, wie gesagt, mit Dina Gorzatkova und Jelena Grudnova in der russischen Mannschaft. 9,812. Die Wertung für Jula Jurkina übrigens 9,775 Punkte am Boden. Tatjana Ignatova der zweite Sprung. Tja, noch einmal mit einem leichten Ausfallschritt Tatjana Ignatova. Ignatova. ... ...